Wir haben uns so in der vergangenen Zeit einfach ein bisschen mehr mit rockigeren Stücken beschäftigt und der rockigeren Stilistik beschäftigt und das nun folgende Stück, das ist so angelehnt an die Stücke von Tower of Power und ist ebenso ein Funk und der heißt Rue the Roost und ja, ich wünsche uns allen da viel Spaß, vor allem der Band, mal sehen was wird. So, also, aber Ihnen auch. So, also, wir sehen uns beim nächsten Mal. So, also, wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.